1, 2, 3 Pott oder Schrott? Eine Schnee-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Geschiebe Der Weihnachtsmann Damit der keinen Schrott bringt Boah, ich hasse es Hier der ultimative Geschenke-Check Eine Eisenbahn Ein Saufspiel-Pullover Weiter geht's Wünscht dir mal was Das ist ein Schleifen-Maker Weihnachtsmann Das kannst du wieder mitnehmen Das ist aber echt krank Pott oder Schrott? Das Weihnachtsspezial Dienstag, 20.15 Uhr